mazl gegen zeltig hier ist es spannend 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 jedes die man bis zu einem punkt ergattert unter anderem marseille hat einen zeltiger schon drei wir haben sie eben momentan am abstiegs also selten gehabt gewonnen das letzte spiel könnten also wenig hier sich komplett aus der krise schießen wir mit den nächsten drei natürlich sechs punkte schaut immer gut aus einmal eventuell von weiterkommen marseille bräuchte auch punkte um sich auch aus der eigenen krise bisschen zu ziehen läuft das gibt es nicht oder haben oder dabei probiert und soll das dass der kopfballen annehmen ja haben das laufwerk noch hier immer sie mit gamma also denen haben die abgänge absolut wehgetan das spürt man jetzt auch hat zwar gut nachbesetzt aber irgendwie das gesamtpaket funktioniert nicht mehr so gut aber vielleicht fangen sie sicher noch nein 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 Oh, oh, oh. Mit dem Ausgleich für Celtic. Oh. Mal probieren, ein Überraschungsschuss, stark, stark gemacht, Kamairo, das war jetzt ein Fehler, echt? Jetzt muss ich nicht sagen, ob das nicht aufgefallen ist. Dominik schwirbt auf dich ab. Nein, Spaß. Atzenzio, der hat noch keinen Hund, oder bin ich blind? Oder was? Muss ich mal schon schauen. Oh, schön. Oh, nein. Das wär's gewesen jetzt. Oh, das war's gewesen. Uh-huh. Oh. Oh. Oh! Ja, aber ein schönes Match trotzdem. Ja, Ballteams geben alles. Das ist immer wichtig, weil dann ist es ein gutes Match. Boah! Ein langer Ball, Meißel. Und sogar anders hauwärts. Ja, er hat heute ein sehr starkes Spiel. Oh, Gott sei Dank. Ja, alles offen noch. Ja, auf jeden Fall alles offen. Ich finde, das ist ein gutes Match. Jetzt halt einmal der Fehler wurde hart bestraft. Ja, man bleibt aber so. Oh, Alter. Nein! Nein! Ich kann mal drauf. War schön, Mata. Nicht schön. Oh, fuck. Klipp bei der Mischknobel. 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 Das habe ich auch gar nicht gesehen, dass der das anzeigt hat. Nein, jetzt habe ich es gesehen beim Wechsel. Ah, okay. Vielleicht kommt das erst. So, Doppelwechsel. So, Doppel. Oh, Alter. Drei Leute. Drei Leute. Drei Leute vorbei, Alter. Na, kommt er jetzt, haben wir es. Nein. Gott sei Dank. Das war zu stark für dich. Ist er zu stark, bist du zu schwach. Oh, der Linksverteidiger, Mann. Der hämmert den rein. Ja. Ich redeinkt das. Schrei. Ja. 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 Tschau Oh Sebastian Nein, er schießt nie Ja, das geht in Ordnung Ja, hättest du aber auch fahren können Das gibt's doch nicht, der prallt genau so beschissen zurück Der prallt genau auf deinen Spieler zurück Scheiß schwarzer Verteidiger, wirklich zweiter Fehler Ich glaube, das war auch von ihm zuerst Seine Tore, oder? Ich glaube, das war auch von ihm zuerst Oh ja, da Das ist das, danke Ich glaube, das war auch von ihm zuerst Eine Lösung für Marseille Soll ich mal starken 60 Minuten habe, dann mal sehen Bis in die Oberhand Der ist auf der Bank Irgendwie hat das mit Jet nichts hin heute Na gut, ich komme gleich dann Okay